so und herzlich willkommen zur neuen folge von battlefield 1 der letzten habe ich den knopf gedrückt und was dann passiert das sehen wir nämlich jetzt ich blende mich aus und es geht direkt weiter man sieht was explodiert zerstört den panzerzug es ist nicht viel passiert die richtigen zerstören ah ok ja, was ist denn? so er kam auf und hoch irgendwas ist da maquiert schau mir mal was ist ah, hier war er immer maquiert ach da ah, ah cool ok so nein was ist denn jetzt passiert? da hat er goofrun verdammt ok wie sitzt denn die wenigsten Kräfte da ok, so, da jetzt drückt sie den Knopf wieder ok dann gucken wir mal boah, das ist ja, die Mission ist auf jeden Fall schon mal härter Unbewegung ooooh ooooh ey, jetzt gibt's jetzt schon wieder ja diese blöden Flugzeuge muss ich vielleicht versuchen die erst abzuschießen dann mit Sternen meinen Willen droben an den Himmel ok ja 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 wo ist das denn wo ist das denn ja oh schon, einer geht noch ja 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 ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo ich da jetzt anfangen soll hm hm so, okay hm 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 ja uma m hm hm ja Nein! Nein! Boah! Alter Schwede! Okay, los! Okay, dann wiederholen. Also so ein Dinger-Platz. Okay. Was war denn das? Komm, einer wird noch. Einer. Jung, jung. Okay. Nein! Okay, die Hälfte haben wir schon. Oh! Die Hälfte. Nein! Nein! Das war ein, na. Nein! Nein! Ja. Schade Zurück Zurück Oh mein Gott verschießt Schade 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 Nein Nein Verdammt Das gibt es nicht, aber es war gut Ich check es noch nicht Irgendwie Zum Teil wäre immer angegriffen, kein Vorstand noch einzuschreiben Wir haben nie versucht Ey, nee Diese Mission ist ja mal bescheuert Ich check es halt nicht Das ist das Problem Schade Flugzeuge Schade Ich schade Schade Ja Ich schade 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 Sie 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 Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Was soll ich n... Muss ich dann vor? Ich blick's nicht. Na gut, der kann halt nicht auf mich schießen, wenn ich bei ihm bin, ne? Eigentlich. Aber ich muss diese blöden Geschütze definitiv kaputt machen. Jetzt gehen wir hier hin. das ist nicht wahr bin ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen ratlos ja 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 ok das blicke ich jetzt nicht wenn ich hatte dann drei viertel hatte ich da oben also ich muss trodden so nochmal oh come la la Okay. 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 So. 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 Hansa abwärts, ja. Guck mal, ob das funktioniert. So. Lauf, lauf, lauf. So, was funktioniert alles? Tank? Äh, tier. Steher, Katoniers, Frontier, S- Was sind eigentlich diese blöden Flugzeuge? Nein, 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 nein. So, Panzermacher. So, hier ist diese Scheibenhinder jetzt. So, hier ist die Scheibenhinder. So, hier ist die Scheibenhinder. So, hier ist die Scheibenhinder. Ich bin jetzt ja nur noch am Verlieren. Ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, dann mache ich da ein Viertel platt, so wie eben auch. Pro Dingmeyer war etwas platt und fertig. So, hier ist die Scheibenhinder. 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 ohh nein Gott, sind da hinten es sind ja irgendwo Bomben unterwegs Wir machen einen Unterschied. Nein. Wer geht? Ah, komm! Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir können nicht mehr schießen eigentlich. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Was ist denn los? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd. Sehr schön. Okay. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wow. das ist ja cool das fährt hier so so Lauf! 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 Nein! Lauf! Lauf! Wow! Was ist denn so? Der ist einfach da. So! Woah, 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 woah! Oh, tu! Das... Ah, das ist noch alles, was ich habe. Zoom! und ob ich das jetzt in dieser Runde endlich schaffe, das sehen wir in der nächsten Folge, also ich wünsche euch viel Spaß, Feedback wie immer in die Kommentare, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ciao